Die Berufswahl ist gerade für junge Menschen eine der bedeutendsten Entscheidungen ihres Lebens. Aber welche Berufe gelten heutzutage eigentlich als sicher und empfehlenswert? Zur Beantwortung dieser Frage hat das IMAZ 1000 Österreicher um ihre Einschätzung gebeten, welchen Berufen sie in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten gute und welchen nur schlechte Chancen einräumen. Sehen wir uns zuerst die Sicherheit des jeweiligen Arbeitsbereiches an. Nach dem Empfinden von 42 Prozent der Österreicher haben die Bediensteten von Ämtern und Behörden die sichersten Arbeitsplätze im Land. Auch eine Anstellung bei der Polizei wird von fast 40 Prozent der Befragten als ausgesprochen sicher empfunden. Immerhin noch jeder Dritte beurteilt den Gesundheits- und Pflegebereich als besonders krisenresistent. An vierter Stelle liegt, noch von jedem vierten Österreicher genannt, der Lehrberuf. Wenden wir uns nun dem unteren Ende dieser Skala zu und sehen uns an, welche Berufe die Österreicher besonders unsicher einschätzen. Sehr skeptisch beurteilt wird die Arbeitsplatzsicherheit in den Medien, also beispielsweise bei Zeitungen und Fernsehen. Auch die landwirtschaftlichen Berufe gehören zu den von den Befragten als besonders unsicher empfundenen Arbeitsbereichen. Ebenfalls als ausgesprochen krisenanfällig wird von den Österreichern eine Beschäftigung im Handel angesehen. Am schlechtesten beurteilt wird die Arbeitsplatzsicherheit jedoch derzeit in der Industrie. Sie ist mit nur mehr 2 Prozent Zustimmung ausgesprochen gering. Ergänzend zur Arbeitsplatzsicherheit wollten wir von den Österreicherinnen und Österreichern auch wissen, welche Branchen sie für den Einstieg ins Berufsleben besonders empfehlen würden. Hier nimmt die Computerbranche, von 35 Prozent der Befragten genannt, die erste Stelle ein. An zweiter Stelle der Empfehlungen liegt eine Berufslaufbahn bei Ämtern oder Behörden. Nahezu jeder Dritte würde einem jungen Menschen diese Berufswahl empfehlen. Auch der Gesundheits- und Pflegebereich wird von 30 Prozent der Österreicher für den Einstieg ins Berufsleben geraten. Nahezu gleichauf mit 29 Prozent liegt an vierter Stelle der Empfehlungen eine berufliche Laufbahn bei Banken oder Versicherungen. Auch hier werfen wir nun noch einen Blick auf die für Berufseinsteiger am wenigsten empfohlenen Branchen. Eine Beschäftigung in der Industrie würden derzeit nur acht Prozent der Befragten einem jungen Menschen raten. Eine Karriere per Post oder Bahn empfehlen den Berufsanfängern nur mehr sieben Prozent der Österreicher. Gleichauf liegt eine Beschäftigung im Handel, der damit ebenfalls zu den am wenigsten empfohlenen Branchen zählt. Das Schlusslicht jedoch bildet abgeschlagen der landwirtschaftliche Bereich, der überhaupt nur mehr von jedem fünfzigsten Befragten empfohlen wird.